Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge YouTube-Tutorial. Hier, ich habe hier eine Umfrage gestellt auf meinen Hauptaccount. Ich habe viele Kanäle, fünf Kanäle oder so. So, was ist mein Lieblingsessen? A. Eis, B. Kartoffelbrei, C. Nudelsuppe oder D. Krautgulasch. So, das heißt, wählt alle unbedingt aus. Ich habe hier auch verkackt oder auch nicht. Naja, halt immer die Fifty-Fifty, aber die Auflösung zeige ich euch, wenn ihr alle ausgewählt habt. Also Leute, ciao!